Danke! Wir freuen uns, dass Sie sich für diese Protelex Soft-Eis Maschine entschieden haben. Öffnen Sie die obere Abdeckung. Dort finden Sie das Handbuch und einige Teile. Bringen Sie die Dichtringe auf das Durchflussrohr und stecken Sie es in den Mixbehälter ein. Diese Empfehlung gilt nur für dünnflüssige Eismasse. Verbinden Sie den Schlauch über dem Durchflussrohr mit dem Ausritt der Luftpumpe. Schrauben Sie den Hebel auf den Zapfkopf. Schrauben Sie die zwei befestigten Schrauben des Zapfkopfes ab. Nehmen Sie den Zapfkopf ab. Nehmen Sie die Mixschnecke heraus und überprüfen Sie optisch das Innere des Zylinders, um sicherzustellen, dass keine Fremdkörper darin vorhanden sind. Jetzt empfehlen wir Ihnen, die Maschine ohne Eis zu testen. Schalten Sie die Stromversorgung ein. Drücken Sie auf Auto, um das Einfrieren zu starten. Beobachten Sie die Schneebildung im Gefrierzylinder. Dies zeigt, dass die Maschine ordnungsgemäß funktioniert und während des Transport keine Schäden verursacht wurden. Drücken Sie dann auf Stopp, um das Gefrieren zu stoppen. Jetzt können Sie den Zapfkopf wieder anbringen. Diesen befestigen Sie mit den zwei Schrauben. Vor der Produktion muss die Maschine unbedingt gereinigt werden. Geben Sie das Löwungsmittel in den oberen Mixbehälter. Warten Sie ca. 5 Minuten, bis das Desinfektionsmittel einwirkt. Drücken Sie dann zum Waschen die Taste Wash. Ziehen Sie am Griff, um das schmutzige Wasser herauszunehmen. Bringen Sie wieder den Hebel zurück. Drücken Sie auf Stopp. Um das Desinfektionsmittel auszuspülen, geben Sie sauberes Wasser in den Mixbehälter ein und wiederholen dies zwei bis drei Mal. Ihre Maschine ist jetzt sauber für die Eisproduktion. Die vorbereitete Eismasse geben Sie in den Mixbehälter ein. Danach warten Sie ca. 1 Minute. Ziehen Sie das Durchflussrohr für ca. 2 Minuten heraus, um den Durchfluss im Gefrierzylinder zu beschleunigen. Dann drücken Sie auf Wasch und nehmen etwas Eismasse heraus und kippen es wieder im Mixbehälter auf. Jetzt decken Sie den Mixbehälter ab. Ihr Display zeigt Ihnen die Mixbehälter-Temperatur, die Anzahl des servierten Eis, die Stromspannung, den Gefrierfortschritt und die Eiskonsistenz an. Die Eiskonsistenz kann vor Produktionsbeginn angepasst werden. Erst rücken Sie auf Frisch und warten einige Minuten. Dann drücken Sie auf Auto, um die Eisproduktion zu starten. Schalten Sie die Luftpumpe ein, um die Schwellung zu starten. Die Mixbehälter-Temperatur sinkt ab. Die Härte steigt und erreicht 100% nach kurzer Zeit. In ca. 15 Minuten ist Ihr Eis fertig zum Zapfen. Jetzt können Sie Ihr Softeis zapfen. Mit dieser Maschine werden Sie einfach Ihr eigenes Softeis- oder Frosenjoghurt herstellen und individuell geschmacklich gestalten. Die ICM PL3 ist für kleine Gewerbe und für zu Hause ideal geeignet. Musik 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 Musik